Die folgenden Universitäten und gleichgestellte Hochschulen werden in der Bundesrepublik Deutschland auch als Hochschulen mit Promotionsrecht bezeichnet. Universitäten, Gesamthochschulen, medizinische Hochschulen, pädagogische Hochschulen, die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und teilweise technische Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen nehmen eine Sonderstellung ein. Da einige ein eingeschränktes Promotionsrecht im künstlerisch-wissenschaftlichen Bereich besitzen, andere nicht. Ebenso haben ein Teil der theologischen Hochschulen mit universitären Studiengängen sowie vereinzelt Wirtschafts- oder Handelshochschulen ein. Promotionsrecht, Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften besitzen kein eigenes Promotionsrecht, bilden allerdings die Universitäten in Bachelor- und Masterstudiengängen aus. Absolventen von Masterstudiengängen sind Promotionsberechtigt an den Universitäten und gleichgestellten Hochschulen mit Promotionsrecht. Professoren an Fachhochschulen können in vielen deutschen Ländern als Betreuer oder Prüfer in einem Promotionsverfahren der Hochschulen mit Promotionsrecht wirken. Verwendung Der Ausdruck der Universitäten und gleichgestellten Hochschulen im Sinne von Promotionsberechtigten Hochschulen wird in Publikationen der Hochschulrektorenkonferenz, der Kultusministerkonferenz, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Statistischen Bundesamt verwendet. Ebenso ist der Ausdruck in den Hochschulgesetzen der Länder dann zu finden, wenn ein Gruppenbegriff für Primotionsberechtigte Hochschulen verwendet wird. Im Landeshochschulgesetz von Baden-Württemberg werden beispielsweise die Primotionsberechtigten Hochschulen einzeln aufgeführt ohne gruppierenden Begriff. Auch in 38 Promotion. Der Begriff der gleichgestellten Hochschulen ist an anderen Stellen zur Vereinfachung vorzufinden. Außerdem wird der Begriff der Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in der aktuellen Besoldungsordnung W für Hochschullehrer verwendet. Begriffsgeschichte Bis in die 1990er Jahre hinein wurden Hochschulen mit Promotionsrecht auch als wissenschaftliche Hochschulen bezeichnet. Der Begriff ist jedoch nicht mehr amtlich. Ha, er wird in Gesetzen und Beschlüssen nicht mehr verwendet, insbesondere nicht in den Hochschulgesetzen der Länder, dem Hochschulerahmengesetz des Bundes, den Veröffentlichungen und Beschlüssen der Kultusministerkonferenz, der Hochschulrektorenkonferenz und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes. Mittlerweile sind der Auftrag zur Forschung und die wissenschaftliche Grundlage auch für Fachhochschulen in den Landeshochschulgesetzen eindeutig. Da der Begriff der wissenschaftlichen Hochschule implizieren könnte, dass andere Hochschulen unwissenschaftlich seien, trifft der Begriff nicht die hochschulpolitischen Entwicklungen und Realitäten. In Nordrhein-Westfalen wurde beispielsweise ein 1993-Dekasekundengesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen in das Gesetz, über die Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen umbenannt. Später wurde daraus das Hochschulgesetz, das die Fachhochschulen in ein gemeinsames Gesetzeswerk integriert. Die aktuelle Fassung von 2006 wird als Hochschulfreiheitsgesetz bezeichnet. Das Hochschulgesetz von Nordrhein-Westfalen verwendet keinen speziellen Gruppenbegriff mehr für Primotionsberechtigte Hochschulen und führt diese unter dem Begriff der Universitäten. Auch diejenigen, die den Begriff Universität nicht im Namen tragen, wie die RWTH Aachen. Das Bayerische Hochschulgesetz verwendet ebenfalls keinen speziellen Gruppenbegriff für Primotionsberechtigte Hochschulen und fasst diese als Universitäten zusammen. Weitere Primotionsberechtigte Hochschulen werden einzeln aufgeführt. Zudem wurde der Begriff der wissenschaftlichen Hochschule in der alten Besoldungsordnung C für Hochschullehrer verwendet, die spätestens seit 2005 in allen deutschen Ländern durch die neue Besoldungsordnung W ersetzt wurde, die den Begriff der Universitäten und gleichgestellten Hochschulen verwendet.